Können wir uns jetzt trotzdem noch einen Faden holen? Den auch noch anziehen, damit das Julien doch länger ist? Ich weiß es doch. Ich glaube es geht auch noch, oder? Egal. Sehr gut. Dankeschön. Brauche ich noch irgendwas zum herstellen? Ne, wir können hier noch da gucken. Die bräuchte ich eigentlich. Die braucht nur noch 25 Pixi-Staub. Ah, Seelen der einen sich scheiße. Aber müssten wir nutzen, weil wir können uns ja eh nichts anderes machen, weil wir ja dann Seelen haben, die uns ein Popo stecken können. 45, das ist schick. Schick. Genau, das war das, was man aus dem Wundenjojo macht, was aber meiner Meinung nach total scheiße ist. So, dann rennen wir mal los. Ich hoffe, Schneebium ist da links. Ja, wunderbar. Oh, ist das geil. Och, das, das, das hier, das Pferdchen, das gefällt mir. Es müsste halt noch ein bisschen fliegen können, aber ansonsten... Das ist schön. Schön Schnee. Oh, hier ist Blizzard. Es sieht aus wie Blizzard, gell? Okay, dann müssen wir uns aber direkt jetzt hier schlau sein. Unsere ganze Schlauigkeiten nutzen. Man kann mit dem Ding sogar abbauen. Alles klar. Ein paar Schneeblöcke hier schnell abbauen, das ist ganz wichtig. Es sieht gerade aus wie Blizzard, oder? Bin ich doof? Das sieht doch, ist so ein Blizzard. Sieht auf jeden Fall sehr dicht aus. Arrrrrrgon. Danke für den Followern. Jetzt geht immer alle weg hier, Mann. Ich will meine Ruhe. Weg, 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 weg. Ja, ja, du auch hier. Geh weg. Mumia, du auch. Du gibst mir wahrscheinlich sonst, Mann. Okay, alles klar. So, wir müssen nämlich jetzt hier ganz schnell... Ja, ist mir egal, was ihr da macht. Och, alter Schwede, Mann. So. Falls er nämlich kommt, müssen wir nämlich hier eine Barriere machen, dass er da stecken bleibt. Und wir ihn dann außerhalb der Mauer immer mit dem Ding angreifen können. Mach ich normalerweise mit einer Wolke. Ich tu dann oben eine Wolke halt hin. Die dann ihn langsam tötet. Aber so ist das besser. So, jetzt müssen wir nur noch einen finden. Da ist er doch schon. Hallöchen, Mann, Freundchen. Hallo. Ja, komm mal her. Komm. Ja, komm. Oh mein Gott, töte mich nicht. Oh, fuck. Alter, nee. Das fand ich jetzt nicht so lustig. Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Das finde ich jetzt gar echt nicht lustig. Dein Laser ist echt scheiße. Ah, Held. Alles klar. Oh nein. Ne, 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 ne. Du bleibst mal hier, gell? So, die ultimative Pisser-Kombo-Methode hier. Scheiße. Ja, der Rest ist natürlich hinter mir. Scheiße, wenn jetzt hinter mir jemand kommt, kriegt der auch Schaden. Alles klar. Oh nein. Der Golem darf nicht gehen. Musst ihn mal einmal treffen, damit er hier wieder hinkommt. Oh.. Oh nein. er ist schon stark, wie ihr merkt er ist nicht zu unterschätzen gerade am Anfang geht mir der Wolke natürlich um einiges besser als was ich jetzt gerade mache aber vielleicht haben wir Glück kriegen mehr als ein Frostcore, scheiße das war jetzt nicht so optimal jetzt auf einmal droppt ihr Herzen, gell auf einmal ne, kein Ding bist du Felser? nein, ich bin kein Felser wir haben nur einen Frostcore bekommen sehr schade, Ice Wings wäre natürlich jetzt optimal aber vielleicht kommt noch ein Golem Golemlein, wo bist du? komm mal her mal Bübsche ich kriege mir sogar ein besseres Amorak noch getroppt oh meine Herren, Alter jetzt ist viel zu viel los ne, irgendwie haben wir gerade kein Glück mehr aber es ist glaube ich auch gerade kein Schneesturm mehr, oder? ist immer so schwer definierbar, ob jetzt gerade Schneesturm ist oder nicht ja doch, sie sind doch die Regen, äh die Regenzombies das heißt, es regnet noch ist immer so, wenn man ihn sucht, kommt er nicht, weißt du? das ist doof hm, schade, 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 Schokolade macht das alle Regen dann, weil es ein Tanz, dass der Regen aufhört nee ich mach doch mal einen schönen Ice Wings oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh warum kommt denn jetzt kein Ice Wings mehr? das ist sehr schade das ist echt doof jetzt Alter, wie viele Schaden, die einfach abkriegen unnormal wo wir jetzt zurück 17 Zuschauer und so ruhig komisch was ist ein komisches Geräusch? das hört sich sehr nach Golem, oder? hat es sich sehr nach Golem gehört? natürlich nicht nur mein Golem gibt's doch nicht du alle Schlawiner, man nur weil ich auf Bob reite, oder was? nee, ist nichts mehr aber es ist doch noch Blizzard das sieht doch noch echt so aus, oder? es ist ein bisschen viel Schnee normalerweise kommt bei mir immer die ganze Zeit Golems wie verrückt naja, normalerweise auf dieser Welt ist mittlerweile gar nichts normal ich habe halt kein Dings mehr, gell, kein Frostbug Boot, also nix mehr davon kann ich nicht irgendwas einfach mal so lange anziehen hier, das eine Abwehr und das Checkil mit einer Abwehr Hunger habe ich oh, 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 meine Freunde meine Freunde, da hinten kommt wieder der Schlawine an Gelaufe der denkt schon mal wieder oi, alles klar bei dir au der denkt sich auch manchmal so höhö, den bumm sich jetzt aber jetzt kommen da hinten natürlich wieder die ganzen Gegner nicht schön, nicht schön nicht schön, hör auf mich zu töten bitte weg und hier mal bitte ein bisschen Licht machen ist ja schlimm, wenn ihr nichts seht heilen bitte 150, sehr gut alle mal hoffen, dass wir die Ice Wings kriegen das wäre natürlich jetzt optimal also bitte alle mal mit mit hoffen dass wir einen Link bitte mal entfernen an die lieben Mods oh, jetzt komm ok, golems, yeah das beste was ihr machen könnt ganz am Anfang wie gesagt, wenn nicht, nehmt euch ne Folge ne Wolke, genau ne Wolke und killt ihn so dauert ein bisschen länger aber ist machbar oben kommt ne Harpje warum auch immer ne Harpje kommt jetzt könnte auch grad ein Müllwand von oben runter kommen das wäre auch der Witz des Tages nein nein, du kleine Asi nein oh, oh oh je, bitch oh je bin der Bänger, alter ich bin der übelste Bänger ja, so jetzt, guck mal jetzt hört's glaub ich gleich auf und ich habe die schöne Eisfeder bekommen beste Leben so, warte, weißt du wir könnten auch einfach hier das Counter weit anziehen und gucken, ob dann noch mehrere kommen ob dann noch ein weiteres jetzt kommt das weiß ich gar nicht so, meine lieben Freunde wir haben die Einfeder das ist ja wohl romantisch jetzt brauchen wir nur noch, äh, ja oh, Nimbus Tropenmänner-Belsen grad den Nimbus-Stab nein, das darf ich eh nicht nutzen oh nice was wohl passiert, wenn man darauf klickt Konzul, wie geht's dir so yo, Carl ja, mir geht's soweit momentan wieder ganz gut äh, weil der Runcard echt smooth läuft, ich hab ne Eisfeder die ich in meinem Let's Play noch nicht habe ich hab, äh, geiles Equipment was ich in meinem Let's Play noch nicht habe und wahrscheinlich hab ich jetzt auch gleich Flügel was ich in meinem Let's Play noch nicht hab so ähm gehen wir runter da bitte äh, runter vom Pferd ich hab doch R gedrückt danke hab ich ja, Seil hab ich oh, ein Baum ist jetzt ganz billig nein, das Amrock bitte nicht abwerfen dankeschön ich hab leider kein weiteres Amrock getroppt bekommen was irgendwie noch Schaden mehr macht aber ach, dein Ernst du scheiß Backfisch, ey hier, ne, verpisst euch flying Backfisch hier so auf geht's meine Freunde Hoi ichi oh-i ichi Warum geh ich so langsam hoch? warte mal so oh ne 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 weg weg, weg, weg jetzt habe ich das perfekte weg, 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 weg alles klar so wir hoffen natürlich inständig dass jetzt einer kommt ja ein schockerling oder ein virus da müsst ihr echt aufpassen ist immer dreck in den meisten fällen ist nicht mal irgendwelche werbung sondern einfach wirklich schlechtes zeug so müssen wir hier natürlich auch wieder warten zwei holz dass der hier mal spawnt der liebe her dass er jetzt auch wieder dauern kann hier habe ich schon alles gelootet aber ich will flügel haben ich habe keinen bock mehr hier auf die beschissene glückshufeisen ich will gutes equip sammeln damit wir direkt gleich an die boss uns machen können hat letztens wieder so ein scheiß payload virus schlimm sind die viren die sich ja noch in irgendwelche toolbars da reinhauen also nicht bing und so was ihr wisst was ich meine komischen dinger die man nicht mehr rauskriegt richtig spaßig macht es so toll ja willkommen zurück du hast einiges verpasst ich habe mir vielleicht sogar einen zweiten frost corner holen können dritten aus kann man sich ja die rüstung machen obwohl die rüstung wenig nutzen von daher jacke wie hose hier noch ein bisschen damit hier die chance erhöht wird dass der offen spawnt kann man jemand mal rein oder googeln wann er spawnt er ist da alles klar kein problem und wir machen der beschaden alter schwede dieses jojo ist so fucking stark weil ich einfach komplett treffe wie ihr seht hier alle treffen soll mir noch jemand sagen jojo schlecht jojo ist der wahre hammer da komm her joooo 6 hände flugts 20...5 irgendwie so die as Mac die können wir auch behalten bis ja die fish run wings gefallen mir 선 die liebe ich wirklich um alles von Fischron. Aber die kriegen wir ja später. Dann hol ich mir eher das UFO. Das UFO ist auch geiles Mount auf jeden Fall. What is that? 1.3. Yes it is. Melondragon, add high. Gute Melondragon. Wir müssen wieder warten bis hier der liebe Bob mal wieder gespawnt. Ah ne, wir können auch Bob sich anziehen. So, zack. Nein, keine Hab hier bitte. Stirb. Wo bleibt der denn? Der Linde Wurm. Der Linde Wurm. Oh Linde Wurm, kommst du mal her jetzt hier. Der Linde Wurm. Ne, scheinbar nicht. Scheinbar nö. Uiuiuiui. Der kommt nicht. Sein Bruder gekillt hab. Der weiß das. Oh nein. Der Typ im Jojo. Der ist gefährlich. Da mach ich kein Blödsinn. So. Währenddessen beiß ich mal in meine Banane. Ich habe bisher 7 Ponys bekommen. Nice. Ich find's ganz geil eigentlich. Komm hier. Es gibt dir sogar eine Opferbeigabe. Hier in Amboss. Bitteschön. Mhm. Das UFO brauchen wir auch dringend für Lord of the Moon. Genau. Moon Lord. Dringend. Ü laidet er heute. Mhm. Tigers 14 Mercedes jersey. Vertti. boarding